Ich muss sofort weiter, weil die auf dich schießen sonst. Oh ne, die nicht. Kriegst du die irgendwie umgebracht? Gucken. Nein, 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 krieg ich nicht. Zu weit weg. Ähm. Aber ich weiß, wie ich die direkt bekomme. Kannst du mit Farbe irgendwie ab... ...dings... Nee. Doch, da oben Farbe dran. Ich kann die nicht durchschießen. Dann trifft die die. Ich kann die nicht durchschießen. Ich kann dann mit Topspeed reinspringen und versuchen, welche zu killen. Ja, warte mal, ich hab grad ne andere Frage. Ne andere Idee, mein ich. Ähm, hier oben sind auch noch zwei Dinger. Da dran kann ich auch dran schießen. Guck mal, da ist nichts, okay. Aber wenn ich... Obst du da irgendwie rein oder so? Na, erstmal hab ich ne andere Idee. Guck mal, kannst du da reinspringen? Da drüben ist nämlich irgendwas. Das weiß gar nicht, was das ist. Das ist zu hoch. Obwohl, warte. Nein, immer noch zu hoch. Nee, da fungst du nicht dran, okay. Ich versuch erstmal, grad nen Tower kaputt zu machen. Wenn ich jetzt da und da... ...und da dann einfach mal reinjumpe. Ja, die sind kaputt. Geh mal hin. Und da ist Farbe auf einmal. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist gerade. Aber immerhin, die Tower sind hinten im Arsch. Ist ein solider Anfang. Ja. Ich komm mal gerade rüber. So, ein bisschen. Oder bitte nicht, ich geh mal gerade rüber. Zack. Und bumm. Und... Was passiert denn hier nochmal? Ach so. Kann sein, dass du das jetzt brauchst, wenn ich hier stehe? Geh da mal drauf. So, da kannst du jetzt Farbe reinschießen. Aber was bringt das? Wo kommt die denn da raus? Über dir. Mach doch deine Dingenswelle. Ach so, die hab ich, die gerade. Ne, ne, die Welle hab ich. Aber das bringt überhaupt nichts. Warte mal gerade. Was ist denn da? Ist da irgendwo der Schalter? Oder siehst du irgendwas? Hier, du kannst ja gerade mal bei mir gucken. Ja, stimmt. Ich hab ja Picture and Picture. Also da oben ist was. Da? Ja. Ja, ich seh, ich seh, ich seh. Und da oben geht's weiter. Wir müssen doch im Grunde erstmal beide dahin, wo du bist, dass sich einer auf den roten Button vor dir stellt. Und der andere dann... Warte mal, ich komme ja erstmal zu dir da. Bounce, 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 bounce. Damit können wir uns schneller übertragen. Aber da kommen wir nicht rein. So, dann machst du dir ein Portal dahin. und da oben dran, soweit ich auf dem roten Button stehe und Jumster mit dem blauen Grützel zusammen drauf. Ah, die Welle ist da. Die Welle war da. Die wäre auch gut gewesen. Wahrscheinlich sogar besser. Da komme ich aber nicht rein. Stimmt. Ja, ich glaube. Äh, nee. Reiter. Irgendwie nicht weit genug. Es wird weit genug sein, wenn du von da oben runterspringst. Wahrscheinlich. Okay, dann musst du mich umschießen. Muss ich dich schießen, ne? Nee, ich muss mich umschießen. Aber ich kann dir doch hier das Ding entschießen. Zack und zack. Hä, wo hast du jetzt hingeschossen? Ach, die Welle. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall. Warte. Sicher? Ja, warte, ich weiß schon, wie es geht. Ach, du kannst da dran schießen, oder? Ja, warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Ich hab schon. Meinst du, das reicht? Nein. Nee. Doch, oder? Ja. Ja, sehr schön. Jetzt wahrscheinlich direkt vom Blauen aus hinspringen können, oder? Aber weiß ich nicht. So, picture in picture. Jetzt haben wir die blaue Farbe. Ah, die nicht da drauf? Jetzt ist die blaue Farbe drauf. Soll ich jetzt mal zurückgehen? Ja, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay. Aber das Tor ist ja noch zu... Geht das einfach auf, wenn man gegenspringt? Nee, da ist ein Schalter vor, glaub ich. Bounce, 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 bounce. Wo? An dem Tor ist, glaub ich, unten ein Schalter. Nee, eine Kamera. Ich spring mal gegen, oder? Oder bist du da schon? Ach, du bist da schon. Bin da schon. Ist da irgendwas, oder gehst du da nicht sterben? Eine Kamera. Vielleicht müssen wir hier beide vor. Komm mal mit. Ja, ich glaub, wir werden zurzeit jetzt gerade her, aber gut. Bah! Da stimmt was nicht. Die Tür sollte sich öffnen. Ah, doch, wir müssen doch beide hier sein. Die Tür sollte sich öffnen, tut's aber nicht. Gehört die Kamera zum Schloss. Keine Ahnung. Äh. Versucht es. Was sollen wir versuchen, verflucht? Müssen wir High Five machen davor. Machen wir mal. Baum. Loll, wir mussten wirklich High Five machen. Loll! Loll, wie geil! Okay, das ist natürlich awesome. Loll, wie stumm. Das ist jetzt nicht der Ernst. Loll, das war einfach nur mega gut zu warten. Random High Five. Ja, das war irgendwie, keine Ahnung, man konnte keine Portale setzen oder so. Oh. Spannung steigt, Spannung steigt. Ich werde da hinten, dahinter sitzen können. Oh, dein gigantisches Tor öffnet seine Pforten. Ich komme nicht so hoch. Es ist auch beruhigend, dass du nicht so hoch kommst. Mein Gott. Ich werde, wir sterben jetzt einfach, oder irgendwie sowas stumpf ist. Ich werde, wir sterben jetzt einfach, oder irgendwie sowas stumpf ist. Das Testen hat sich gelohnt. Sieht ein bisschen so aus. Ein bisschen. All diese Testsubjekte. Loll. So viele Tests. Voll schief. So viele Tests. Dankt euch. Wie geil. Nicht so hoch. Loll. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Oh. CD suchen. Oh ja. Nun zur Wissenschaft. Loll, kommt jetzt noch was? Ich weiß das nicht. Kommt noch was? So vom Grobmodus her hatte ich ja eigentlich nichts Besonderes, muss ich ehrlich zugeben. Aber erst mal Ladebildschirm. Warum hab ich ja, du hast auch deine Maus. Ah, jetzt ist sie weg. Okay. So. Ich denke, wir werden jetzt im Hub wieder sein und dann schützt alles ein, oder? Ja, erst mal Hub. Keine Ahnung. Erst mal Hub. Da gab es doch noch sowas, wo wir... Oh, oh. Ich hab eine Errungenschaft freigeschaltet. Wetter der Wissenschaft. Sehen wir die Akten ein. Sind die Crudits. Oh, jetzt kommen die Akten. Ich werde für was... Darf ich die Crudits jetzt? Wir spielen jetzt das... Hast du gerade gesehen? Da standen auf einmal Cubes und keine Menschen. Äh, wir spielen ja jetzt das Together vor dem Singleplayer, daher... Na, da war ich genau. Das tut gerade auch geil. Keine Ahnung, das ist ja jetzt einfach... Das ist einfach vorbei jetzt, oder? Ja, ich glaube, das sieht so aus, ne? Wir müssen aber wie gesagt eigentlich noch Dingens machen. Oder lassen wir das. Ich weiß nicht, geschafft hatten wir es ja. Ja, wir haben es geschafft. Ja, ist im Grunde egal. Ich glaube, dir liest gerade deine Akten vor. Das ist mein Lebenslauf. Den würde ich auch so direkt verfassen und abschicken. Das sind meine Vorzüge, alles. Ja, die Crudits müssen wir durchlaufen lassen. Aber ich würde erst bei D. Alter, das wird heftig. Klappermaul. Klappermaul, auch geil. Ich weiß doch, der Part ist eh noch nicht zu Ende. Ja, na ja. Oh, hast Montage. Ein Montage habe ich gelesen, aber Montage habe ich ja gesagt. Leute, wie geil! Aber warum war dein Fragezeichen? Glaub ich. Boah, ja, ist gut. Also, als echt. Errik Wonders. Geht doch nicht. Unsicher. LoL. Ey, das waren die Köpfe aus Portal 1. Hast du ja auch durchgespielt. Eins habe ich durch. Habe ich ja sogar Let's Played. Äh, mancher. Zauder. Was ist ein Zauderer? Zaudern ist doch, keine Ahnung. Wenn du was nicht direkt machst. Also, äh... Weiß ich nicht. LoL, der eine Roboter war was schief drauf. Immer zu spät. Zaudern ist, wenn du zauderst, wenn du nicht direkt was machst. Deiner oben. Deiner ist da oben. Ja, ich weiß. Deiner hat man noch nicht gesehen. Ich glaube, es sind die Akten von den Menschen, die da gerade durchgehen, oder? Ja, wir werden doch wahrscheinlich bei jedem Menschen eine Akte durchgehen, oder was? Also, ein so ein... Ja, die liest nur Ausschnitte da vor. Da rechts stehen auf jeden Fall immer so Werte und so. Das ist mal gescannt. Ja, ey, komm, das ist jetzt aber ein bisschen stumpf irgendwie. Muss ich ja zugehen. Konfliktcheu, also... Wir sind schon bei J. Zu Stress, oder was? Wir sind schon bei J. Yay, bei J. Ängstlich. Sie zählt halt gerade alle deine Stärken auf, ne? Ganz im Vorzüge. Das mag ich. Das sieg, das mag ich. Sturm. So, ja. Ja, das war's mit dem Let's Play Portal 2 Together Coop Modus. Vermutlich. Geh ich mal von aus, gerade einfach so. Ja, ich denke auch nicht, dass du noch... Erstmal müssen wir ins Hauptmenü, bevor wir irgendwas hier, also... Ja, aber... Ja, aber das wird wohl gewesen sein, ich denke jetzt auch. Ach, vertrauen. Blarkendel ist vertrauen, nämlich auch. Aber hat ja ganz so geklappt, bis auf diese einen... Das hat sich denn ein Roboter gesehen, der war mega-fett einfach. Ich muss sagen, ich hätte erwartet, dass wir mehr scheitern. Ich hätte, also... Hier und da haben wir ja auch wirklich ganz schön gefehlt. Ja, Folge 9 so. Ich muss sagen, insgesamt sind wir eigentlich gut durchgekommen. Analphabet, stimmt doch gar nicht. Also. Analphabet. Na gut, das stimmt. Na gut, das stimmt. Muss ich mal zugeben, also... Ja, aber es lief ganz gut. Ich bin... Weil ich mal, du heißt Phil Co. Das ist voll der kurzen Namen. Ich glaube, das ist ein Essen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank, wie geil. Perfektionist. Wo liegt das Perfektionist? Das ist mal was Gutes. Wir sind bei R und bei S. Oh, bei S kommen bestimmt mega viele. Oh, das sind Vornamen, nur. Schwarzseer. Na, da sehe ich leider... Was? Brandstifter. Okay, das stimmt auch. Ja, das stimmt wohl auch. Definitiv. Muss ich auch Einsicht zeigen. Du hast Freu gesagt. Oh, wir sind schon mal Z auf einmal? Oh. Das ist ja Vornamen. Bei Vornamen hast du ja nicht so viel S oder so jetzt. Es war der Vogel gerade aus dem Züge. Oh, GLaDOS. Soll, wer ist das? Keine Ahnung. Müsste ich wahrscheinlich wissen, aber... Yeah, das sind wir beide. Ja, das sind gerade die wichtigsten Elemente aus dem Spiel zu den wichtigsten Personen. Doch, da steht auch hier sogar eine Nounzer und was bleibt. Ich bin nur zu plötzlich im Lesen, weil ich ja an den Alphabeten habe. Ah, das ist aus Portal 1, oder? Ja, die gewesen. Naja. Das ist auch der Begleiter Kubus. Yeah. Der war mega gefällt in Teil 1. Ja, richtig schlimm, ey. Ich fand das richtig traurig, als man den Begleiterkuckus töten musste. Ja, ja. Hab ich fast geweint. So, noch ein Kühlschrank. Oh. Special thanks jetzt. Alienware, Leute. Okay, RTE. RTE, Dell. Oh, die Musik wird leiser. Ja, so, kommt noch was. Oder kommt jetzt noch so ein Abschlusssong? Nee, oder? Oh, Enrichment Center. Ey, Pitch in Laboratories. Party dritte. Yeah, party time. Das ist gut, das ist gut. Party, party. So, ich bin jetzt echt mal gespannt auf mein Hub landen. Ich hoffe, ja. Ja, ich denke schon, also. Oder Hauptmenü, aber, ne, das glaube ich nicht. Ich bin gespannt. So, warte auf Partner. Wir müssen auf jeden Fall unsere Statistiken jetzt erstmal vergleichen. Ja. Das auf jeden Fall. Mit Schritten und sowas hatten wir ja schon mal zwischendurch gesehen. So, dann mal gucken. Ja, haupteindeutig. Sehr gut. Oh, männliche Stimme. Sie haben jetzt Zutritt zu allen Teststrecken, sowie zu drei unserer 176 Pausenräume. Okay, zumindest nur die drei. Bisschen viele. So, äh. Leute, ich hab minus irgendwas und Kollaborationsmisch. Ich hab noch viel mehr. Leider sind minus 645. Warum, warum, warum? Ah, da warst du kein Picture-in-Picture. Aber das sieht man ja eh nicht, ja. Okay, 1250 Portale gesetzt. Okay, das ist die Summe. Das ist also gleich schon mal. Haben wir zusammen 1250, ist gar nicht so wenig. So, nicht umatmen, müssen wir gleich nachholen. Null Umarmung, okay. Null Umarmung. Bereiche mit Leistungsdefiziten. So. Deshalb, dann, hab ich nicht ganz lesen können. Durch, also ja, Portale, die Schritte. Ja, gut, das ist dann auch die Summe von uns beiden wahrscheinlich. Ja, zusammen mit den Portalen. So, dann, Katastrophe. Was ist das? Keine Ahnung. Irgendwie bist du da in der Mitte durchgeschnitten. Guck mal, rechts oben steht, sie befinden sich unter ständiger beobachter Beobachtung. Statistische Daten werden permanent im Testprofil hinterlegt. Wie oft, wie gestorben sind wir aber, glaub ich, öfter, oder? Leute, die Schritte auf 14.9.000. Einfach, hauptsächlich was, 2.200 Schritte mehr. Ich hatte doch sogar schon 3.000 mehr dazu, oder? Oder, nee. Na, weiß nicht. Nee, 2.200. Na gut. Aber wir haben beide Minus, den check ich nicht. Ja, ich weiß auch irgendwie nicht, wofür die genau sind, naja. So, ist hier noch was. Ja, am Anfang sind wir doch da hinten hingegangen, guck mal. Da hatten wir uns auch irgendwie gefragt, wofür das da ist. Da sind wir doch einmal auch reingegangen, ne? Richtig. Guck mal, stell dich mal auf das eine Ding. Da gab's irgendwie noch so eine Tür. So. Keine Ahnung, mal gucken. Von sich eben kamen ja Credits und so, also viel kann da ja eigentlich nicht mehr. Guck mal, hier rechts ist das Exit, da kommen wir zurück. Und was steht jetzt hier? Warnung, extra Kurse spielen nach der Hauptkompanie. Nach der Hauptkompanie? Ja, die hab ich jetzt noch nicht durch, aber irgendwie, egal. Das stimmt. Oh, guck mal. Oh. Das sind... Neun, das kann man. Neun? Neun. Ich glaube, neun stattdacht doch da, oder? Vier. Ich hab, ich glaube, acht. Sehen wir gleich den noch gleich. Eins, zwei, drei, 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 drei. Irgendwie die Kampagne noch mal zu zweit, oder was ist das jetzt? Keine Ahnung, was heißt denn das war schon mal? Geh noch mal auf. Kunsttherapie, okay. Kein Plan. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass es was mit der Hauptkompanie zu tun ist, weil ich überhaupt... Ja, aber wenn da steht, Warnung nach der Hauptkompanie spielen? Keine Ahnung. Auch wir sind konnten ja schon ganz am Anfang rein. Ja. Also ich glaube, wenn ich mich richtig daran sage, konnten wir da schon ganz am Anfang rein. Keine Ahnung. Einfach mal gucken, was das ist jetzt.